Natürlich sind sie gut drauf, weil nämlich heute der große alte Mann des Schlagers 80 Jahre alt wird und ich spreche nicht von Andrea Berg, sondern von Udo Jürgens. Kennen Sie, oder? Udo Jürgens kennt jeder. Kannst du mal was von Udo Jürgens spielen? Hier, ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. Kennen Sie Udo Jürgens, oder? Ging nie durch San Francisco zerrissen Jeans. Ich war noch niemals... Ja, einer der großen Hits. Es gab aber noch andere zum Beispiel hier. Sie treffen sich täglich um Viertelnacht... Aha! Oh yeah! Dann stammt ich im Eck in der Konditerei! Aha! Oh yeah! Du blöselst ein Film auf das Kuchen-Buffet. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirche und Banane. Udo Jürgens war der Justin Bieber der 60er Jahre nur in heterosexuell.